Hallo und Trollolol zur neuesten Ausgabe von Steinklain mit den Dreamworks Trolls von Creo zum ersten Film nämlich beziehungsweise in dem Fall glaube ich sogar zur Zeichentrickserie ich glaube das viel stammt aus der Zeichentrickserie die es zwischen den Filmen gab aber genau ein neuer Hersteller mal wieder hier ein neuer Hersteller das es nicht mehr gibt Creo hier in einer etwas anderen Packung weil die Trolls waren halt ein etwas anderes Thema Creo ist ein etwas seltsamer Hersteller also in seiner Geschichte er ist eigentlich als Tochter von Hasbro aufgetreten deswegen hier unten noch Hasbro Logo deswegen hat er auch die ganzen Hasbro Marken immer als Sets gehabt Trolls zum Beispiel am bekanntesten war er für Transformers in Deutschland hat man auch noch Battleship von ihm gesehen von diesem Hersteller von ihm doch also zu den Battleship Filmen den glaube ich keiner mehr im Gedächtnis hat aber der war gar nicht so schlecht war lustigerweise das ist eine Verfilmung von dem Spiel Schiffe versenken ja das war eine seltsame Zeit für Filme und für Lego Sets aber Battleship hat auch einige sehr gute Sets gehabt und ich versuche immer noch die USS Missouri zu kriegen riesiges Schlachtschiff jetzt nicht ganz im Maßstab von Lego aber trotzdem spannendes Set aber heute sind wir bei den Trollen dem wohl ungewöhnlichsten Set das Creo so jemals gebracht hat Creo ist wie gesagt als Tochter von Hasbro aufgetreten ist aber eigentlich von Hasbro gekauft und ist ein Hersteller aus Südkorea auch mal ein interessantes Land in der Liste zu haben hatte ich bevor ich reingeschaut habe nicht geahnt dass das aus Südkorea stand ganz interessant und warum habe ich jetzt ausgerechnet die Trolle ausgewählt von Creo ganz einfach weil es zurzeit die Trolle ja auch von Lego gibt und ich bei Lego gesagt habe oh mein Gott wieso haben die keine Trollhaare Creo nämlich hat die Sets zum ersten Film gemacht und die Trolle hatten Trollhaare werden wir gleich sehen wie das umgesetzt ist hoffe ich zumindest ich habe natürlich jetzt ausgerechnet das Set genommen mit dem Troll der nicht die klassischen Trollhaare hat sondern dicke Filzlappen aber wird schon passen die Teile müssen von Erwachsenen aus dem Rahmen gelöst werden das ist wichtig weil sonst explodiert das Set das muss man wissen ja hochgefährliche Geschichte wenn ein 17-Jähriger dieses Ding zusammensetzt dann fliegt eure Wohnung in der Luft passt also am besten auf mit großen Marken kombinierbar mit kleinen hoffentlich auch mit Filz ja das hat Lego dann ja auch gemacht trotz das Filz da drin war interessant dass sich das überschneidet ihr seht ja auch vom Design der Wooferpack ist natürlich ein Käfer wir hatten ja bei Lego die Polybeck auch mit einem von der Käfer gezogenen Kutsche die ich leider nicht mehr finde jetzt gerade die ist irgendwo unten in die Kisten verschwunden schade so kann ich den direkten Vergleich nicht zeigen aber naja guck mal 56 Teile Teile und der Name des Sets DJ Sukis Käferpult also nicht irgendwie die Direktübersetzung seiner eigenen Name Creo hat den besseren deutschen Übersetzer als Lego herzlichen Glückwunsch Lego kriegt das immer noch nicht hin vernünftige Übersetzungen zu bringen oder ist es ein Glücksspiel dabei war Creo auf dem deutschen Markt wirklich wirklich nicht präsent also hier hat man bei Transformers und bei Battleship damals stark gesehen danach sind sie eigentlich so ziemlich verschwunden ich glaube nicht dass ich die Trolls Set jemals im Laden gesehen habe aber sie sind deutsch beschriftet ja wir sehen hier ist Poppy Poppy ist hier nicht in dem Set nein Suki ist in dem Set auf dem Käfer mit ein bisschen Zubehör auf der Seite haben wir nochmal Poppy in der OK Pose aus Austin Powers Oh Behave wir haben DJ Suki 1 zu 1 Größendarstellung werden wir gleich nochmal sehen wir haben Detailbilder vor dem Set wir haben noch mehr Warnung dass dieses Set von Erwachsenen auseinander genommen werden muss also Teile davon rausgelöst werden muss das ist offenbar extrem wichtig es könnte also sein wenn das ein 17 Jäger macht dass dann tatsächlich eine Kernfusion stattfindet und dann haben wir ein Problem wir haben oben ein paar Features woraus es besteht nämlich Bausteine Filz Figur von Suki und das hier Inspiration im Leben Ideen ok rechtlicher Kram und ein Aufkleber der wahrscheinlich vom Laden stammt das Ding ist vom Ebay und ich glaube die ursprüngliche Verkaufspreis war 9,99 schauen wir mal rein hier waren ursprünglich Klebestreifen habe ich natürlich weggemacht damit ich schneller reinkomme und dann schauen wir mal was drin ist ok das ist es der Karton ist ziemlich exakt ausgefüllt gewesen und wir haben eine Anleitung die ist groß die ist größer Moment jetzt muss ich den Karton nochmal holen aber ich glaube ja die Anleitung ist größer als der Karton ok gutes Zeichen das heißt das man wahrscheinlich ja das kann man gut lesen und sehen ich habe zu viel ausgesehen ich habe die Seite mit den Stickern aufgeschlagen aber ja klare eindeutige Anleitung wunderbar hier haben wir unsere Teileliste wir haben oh ein schönes Bild nochmal vom Set schöne Präsentation und wir haben ein bisschen Werbung für die anderen Sets aus der Reihe das ist glaube ich Poppys große Geburtstagsparty oder sowas das ist das große Set den kleinen Fliegekäfer gibt es auch noch mit der Poppy drauf äh das Ding hier und das sieht ein bisschen aus wie Poppys Schlafzimmer ne ich glaube das ist Poppys Happy Pod den gibt es ja jetzt von Lego auch aber sieht da völlig anders aus und genau vorne nochmal unsere Markeninfos dann haben wir hier eine Tüte mit den Haaren und ja ich glaube das ist auch unsere Minifigur die mache ich mal eben auf die kann ich ja direkt zusammensetzen weil Minifigur oh ist die ist die süßklein da hätte ich es nicht berechnet das ist der Körper und die Beine Beine bewegen sich nicht Arme bewegen sich normal wo habe ich denn meinen Größenvergleich bereit liegen jetzt habe ich natürlich Moment jetzt habe ich natürlich mehr Jungfrauen Batman einfach mal weggetan aber damit hatte ich nicht gerechnet dass es so klein ist äh der Kopf deutlich größer Gott die Ohren gigantisch okay das hier soll irgendwie äh ne ah ne aber fast ah so ok Kerbe darauf und dann kommt das so und die Haare sind hier umgesetzt das war für mich das Interessante wir haben dieses Schaft die Haare umzusetzen wir haben hier ein Plastikteil das da aufgesteckt wird als Basis wo die dann dran sind in dem Fall ist es das ist nicht Filz das ist Stoff das ist definitiv Stoff und Plastikring um diesen Gummiring zu similieren aber auf die Art und Weise hat man richtige schöne Trollhaare und wie gesagt bei den anderen Trolls die jetzt nicht zuckig sind gibt es auch die richtigen Trollhaare um nochmal zu verdeutlichen wie die aussahen da muss ich rausfinden wo ich mein Armeiser ja diese wunderbaren Trollhaare immer unser Maßstab für Trollhaare ist selbstverständlich der Donald oh Gott nein jetzt habe ich den nackten Donald Trump im Bild das will keiner so was haben wir noch wir haben eine Tüte mit großen Teilen hier sind die Flügelkappen hier ist das Filzteil dieser Kragen und hier sind die Flügelteile werden wir uns gleich ausgepackt anschauen und hier ist die Tüte mit allen anderen Teilen zwei Blautöne ein Grünton farblich sehr einfach gehalten ich habe es nicht einheitlich aber es ist noch ein Türkis und ich glaube die Töne sind auch alle abweichend von den Lego Tönen die sehen deutlich plastikhafter aus aber das ist gar kein so schlechter Farbkombi hier vielleicht ein bisschen fadvoll viel Abwechslung ist nicht drin aber ich glaube das werden dann ich würde ist der mhm seht ihr das hier auf der Platte die Flecken das Ding ist noch verschweißt warum ist das dreckig hier auch uh das gibt Punkteabzug das gibt Punkteabzug schauen wir doch mal wie der vollständige Kehrvergleich aussieht und da bin ich auch schon wieder und nachträglich muss ich sagen ich hätte den Aufbau ruhig aufnehmen können das waren nicht mehr als 10 Minuten nur ist zu spät ich habe ihn jetzt erstmal ohne Sticker damit man sieht wie der Wooferback ohne Sticker aussieht und ja hier kommt das Gesicht hin ich bin massiv enttäuscht dass diese 2x4er Platte nicht bedruckt ist einfach weil es ist das Gesicht alle anderen Dinge dass das Sticker sind meinetwegen wenn die mit der Zeit abgehen macht das nichts aber so ein Gesicht ist auch bei Käfern relativ wichtig ich habe gerne ein Gesicht ihr habt wahrscheinlich gerne Gesichter auch Käfer haben gerne Gesichter das ist etwas schade bedeutet aber dieser Sticker ist und ach übrigens hier ist der Sticker-Burgen der war in der Anleitung noch drin aber dieser Sticker muss drauf das ist eine Art Kunststoff das sind keine Papiersticker immerhin oh Gott wie schief wirst du oh nee gar nicht aha so langsam lerne ich das so jetzt guckt er lieb oder begeistert so guckt er immer wenn er Musik hört das ist das Ding bei den Wooferbacks also ich habe mir den tatsächlich mal bei YouTube rausgesucht genau einen Clip dazu gesehen da wird er von Poppy in einem anderen Troll halt zum Konzert gelotst mit Musik damit die da einen Wooferback haben damit die Musik gut klingt cooles Ding und da guckt er halt so immer wenn er Musik hört und folgt immer der Musik das lästige war dass er in dem Clip immer der falschen Musik gefolgt war also das lästige für Poppy aber das ist ich will jetzt die Folge der Serie kritisieren wobei ich sagen muss ich habe die Folge in Französisch erst gefunden die Französische Synchro von dieser Serie ist verdammt gut das ist aber jetzt auch nicht der Punkt der Punkt ist ja das sieht niedlich aus die Fühler hier sind glaube ich ein exklusives Teil bestehen aus weichem Plastik also sehr gummiartig die Beine sitzen auf Kugelgelenken und zwar jedes das heißt die kann man schön in jede mögliche Richtung bewegen auch dieses hier der Filz ist hier einfach eingeklemmt mit den Beinen festgemacht ihr seht die gehen hier durch in das Kugelgelenk das ist durchaus effektiv also das hält da bewegt sich nichts mehr und das sieht auch tatsächlich ganz gut aus hier unten kragt es vielleicht ein bisschen stark aus aber hey geht schon hier oben die lassen sich drehen das sind Zuckis Turntables wenn man will kommen da diese Sticker drauf ich bin noch nicht sicher ob ich das machen will wahrscheinlich ja weil so durchsichtig sieht das auch noch nichts aus die Flügeldecken würden rosa Punkte bekommen oder man kann sie so lassen sollte man wahrscheinlich auch die rosa Punkte drauf machen also die Bedruckung sind zum großen Teil nicht Bedruckung die Sticker sind zum großen Teil schon so dass er mit den Stickern einfach deutlich besser aussieht das hier auf den Flügeldecken die ja ein ungewöhnlich geformtes Teil sind hat Sticker drauf kaum keine Bedruckung völlig in Ordnung bei dem 2x4er Teil und bei den runden Teilen da hätte ich mir tatsächlich Bedruckungen gewünscht da wäre es einfach genug gewesen dass man es hätte machen können hier auf den Flügeln ist es okay und die bekämen sonst auf der Innenseite auch nochmal hier diese Lautsprechersticker und die komischen grinsenden Slimers okay also die würden halt hier in die Innenseiten der Flügel kommen nach Anleitung auf die kann man ruhig verzichten weil das eh nur die Innenseiten sind hier sind dann noch zwei Haken um Zubehör zu befestigen hier kann man nichts draufstellen weil die Flügel sind dann im Weg aber man kann da durchaus zum Beispiel noch eine Figur reinlegen und so verstecken ja und so ein guter Troll hat jetzt zu viele Haare dafür aber grundsätzlich geht das ja geht auf und zu ganz einfach sehr einfacher Bau aber effektiv ganz nett ganz niedlich und dann haben wir noch ein bisschen Zubehör das muss man natürlich hier vom Baum wegnehmen und keine Angst ich bin ein Erwachsener ich darf das ohne dass der Planet explodiert Spannungsmoment ich mache mal ein hier ist ein Xylophon Raupen Ding es hat acht Beine es muss eine Spinne sein ok ein lebendes Xylophon ansonsten noch dabei eine Blumentrompete sehr hübsches Design ein Drumstick noch ein Drumstick und da sind die Drumstick ein grinsendes Mikrofon auch hier wieder dieses leichte Blumendesign Trolls mäßig halt und eine eine Gitarre ist nicht eine Ukulele würde ich mal sagen ist das eine Ukulele kann man ja alles rausschneiden dann noch ein bisschen hier diese diese Reste hier wegmachen und ja die sind alle komplett violett warum auch nicht warum auch nicht hab bei Friends schon Schlimmeres gesehen kann man den eigentlich ja der hat einen Pin kann man auch also auf die Hand nehmen oder auf eine Platte setzen kein Problem die übrigen Teile kann man alle in die Hand nehmen also die Hand von den Figuren geben und das sind die kleinen Creo Trolls ich bin etwas enttäuscht von der Masse an Stickern die hier drin ist vor allem weil auch einfach zu bedruckende Teile hier bestickert werden die Figuren sind ganz klar besser umgesetzt als von Lego ja einfach weil die halt Haar haben die haben richtig schön Fellhaar Kuschelhaar hier oben drauf nicht so ein Plastik Plopp sondern halt sowas könnten ein bisschen größer sein also die Körper aber das ist durchaus niedlich so und da denke ich hat Creo Lego durchaus was gezeigt was die Figuren angeht wie gesagt Sticker kein Freund von Filz benutzen ja beide ungefähr in selber Art und Weise finde ich ganz interessant dass es sich so entwickelt hat sieht aber auch durchaus gut aus es sieht nicht so aus als wäre jetzt irgendwas drin was nicht dazu passen würde der Filz passt hier durchaus rein die Kugelgelenke sind sehr schön dass man die Beine so frei bewegen kann es ist klein es ist einfach es ist für seine Größe muss ich auch sagen ein relativ teures Set also ich würde da bei Lego 5 oder 6 Euro Set erwarten oder vielleicht sogar eine Polybag okay für eine Polybag ist es vielleicht noch wieder ein bisschen groß aber okay Creo ist nicht am günstigen Ende der Klemmbausteine Hersteller und die Qualität der Steine ist gut Farben der Steine sind ein bisschen plastikhaft aber gut bei Trolls macht das jetzt auch nicht so viel und ich habe auch gesehen bei deren Transformers Sets ist es nicht ganz so heftig plastikhaft scheint also mit dem Thema auch zu tun zu haben alles in allem ein ganz nettes kleines Set schönes Set für den Trolls eigentlich schade dass die in Deutschland nicht so in den Läden präsent waren wie halt andere große Hersteller die wir so kennen morgen kommen wir wieder in die Heftregale bis dahin okay machen wir das mal fertig hier mit dem ein bis hin bis hin ja das